Jetzt widmen wir uns den Secret Level und holen uns ein Edelstein und den letzten Relikt. Das sollte es dann eigentlich für das nervigste Part im Spiel gewesen sein, die Relikte. Natürlich weiß ich jetzt nicht welches Dinosaurier das war, von den Fliegenden halt. Da müsste ich halt alle ausprobieren, die mir so über den Weg laufen. Genug Leben hab ich hier. Achja, ich darf auch keine Akku-Akkumasche dabei haben. Sollte ich natürlich Feuer verlieren. Hier zum Beispiel. Oder so. Da war ich ein bisschen vorheilig, aber ja. Versuch Nummer 2. Ui. Da hat er den zweiten Sprung nicht gemacht. Oder ich hab zu spät Ex gedrückt. Das kann es natürlich auch sehen. Aber wir gehen mal eher in die Richtung von, dass das Spiel mein zweites Ex nicht akzeptiert wird. Ich bin jetzt mal direkt. Ich bin jetzt mal direkt. Da war ich mal direkt. Wäre eigentlich schön gewesen, wenn ich hier ein Check Point.. Oh, okay. Hier ist ein Check Point. Nimm mich mit! Uhhh Was ist hier? Das war es nicht Was ist hier? Uhhh Verdammt, ich hab's schon wieder verpasst Damn, damn, damn Na? So, das war doch der Richtige Hier gibt's natürlich den letzten Relikt und die Das Edelstein Ich versuch's mal so Beides auf einmal Ich glaube die Sprünge schafft man mit Crash richtig knapp deswegen würde ich umgehen den dino verlieren gold gold scheiße ich musste vorgehen gold booyah oma booyah so heißt die gold 30 trophy so hat mich was hier fehlte das alle kisten oder ich weiß nicht von links oder rechts ich glaube ich hatte die für alle kisten hatte ich mir geholt wir kamen von der linken seite sollte ich zurück gehen nichts riskieren ich mache mal vorsichtshalber auch alle kisten kaputt vielleicht war es auch ein edelstein weg an dem ich mich gar nicht mehr daran erinnert die hatte ich die vier passen gerade perfekt ok hier waren anscheinend noch viel leben ich mache mir aber auch unnötig kompliziert ich glaube hier war sogar blauer edelstein weg oder ok von hier fang ich an alles klar ja nicht schlimm ist ja nur ein leben ich habe 98 warte mal komme ich eigentlich kann ja eigentlich auch schneller gehen ich denke immer ja ist ja kein relikt drin ich muss jetzt nicht so schnell spielen aber wollen wir auch nicht 20 stunden darauf zu halten ich glaube hier war der blauer edelstein weg ja mindestens dann Unfair oh da ist ja gut mein Leben du hast ja gut jetzt kommen wir uns den evilstein hier im den in zu da das ist es das ist es ist die Oh! Ich treff den Checkpoint nicht. Speed Boost! Speed Boost! Speed Boost! Speed! Oh, 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 oh! Yeah! Yeah, 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 yeah! Oh! Oh! I was. Oh! It's gotta go through. Well done sort! I don't need it, I'm quick!